Egal... Ähm... Ja... Wie einige mitbekommen haben... Leidige Paranoias... Weil ich... Hanf legal lebe... Ich möchte halt meinen Führerschein behalten... Ich möchte irgendwann mal einfach hier in Bayern... Am Biergarten anstatt dem Weizen... Wir werden eine Tüte bauen... Wir werden rauchen... Und jeder akzeptiert es... Ohne verfolgt zu werden... Ja, deshalb... 10. August... Amtparade... 13 Uhr Bahnhof Zoo... Bis dahin, wir sehen uns dort... Tschüss... ... ... ... ...